Das hier ist das Smart Mic Plus, ein kleines Mikrofon, was per USB mit meinem Handy verbunden ist, einem iPhone. Und deswegen mit einer super Qualität die Gottesdienste, die ich aufzeichne, jetzt verbessert hat. Und heute in der Messe als Test hatte der Fahrrad Schieber das Mikrofon. Und ich zeige euch jetzt gleich mal ein Beispiel, wie es mit diesem neuen Mikrofon sich anhört und wie es sich vorher ohne angehört hat. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das Smart Mic Plus zeichnet den Sound während des Gottesdienstes intern auf, speichert den Mikrofon. Und wenn ich dann die Kamera am Ende der Messe ausmache, spielt das Mikrofon über USB zu dem Handy die Tonspur zurück. Und er setzt die Tonspur von der Videoaufnahme des Gottesdienstes durch die neue, die hier von dem Mikrofon kommt. Und ich wusste nicht so genau, wie lange das geht. Heute war auch der Test und es hat ein Gottesdienst lang 50 Minuten lang super geklappt. Und ich setze das dann nächste Woche in Produktion ein. Und ich hoffe, dass es dann ein deutlich, deutlich besseres Audiosignal gibt, als wir bisher in den Gottesdiensten zur Verfügung stellen konnten. Und hat super geklappt. Also ich bin sehr zufrieden. Und ich bin sehrι wave. Und ich bin sehr. Vielen Dank.